Länder haben Gesetze. Ach, haben die das, du Ebay-Sherlock? Hier ein paar Länder mit weirden Gesetzen. Was ist das denn? In Portugal ist es verboten, ins Meer zu pinkeln. Wobei ich keinen Schimmer habe, wie die Polizei sowas kontrollieren möchte. Hallo, dürfte ich mal Ihren Dödel sehen? In Schottland ist es verboten, Besufski auf einer Kuh zu halten. Okay. Fun Fact, musst du erstmal googeln. In Deutschland ist es tatsächlich erlaubt, hackedicht auf einem Pferd zu sitzen. Apropos Deutschland. Hier ist es verboten, aufgrund eines leeren Tanks auf der Autobahn liegen zu bleiben. Geht ein Bußgeld von 30 Euro. Und in Australien ist es verboten, eine Hochzeit zu unterbrechen. Möchten Sie diese Frau hier neben mir heiraten jetzt, oder was? Möchten Sie nicht, die Frau hier heiraten? Jeff, ja was denn? Wir sind doch alle hier! Ist doch klar, dass die heiraten wollen! Wenn du nicht willst, dass dein Crush den Falschen heiratet, dann hab lieber 10.000 Dollar übrig, denn so viel kostet dein... Einspruch! Try you much! Aber vielleicht ist es das ja auch wert. Ist auf jeden Fall viel wert, hier das Plus wegzumachen. Just saying.